In meinem letzten Video hatte ich euch ja das Premium-Reinigungsset der Firma Nibling vorgestellt. Wie angekündigt, habe ich auch gesagt, das nächste Video wird erstmal wieder ein Putzvideo werden, indem ich die Produkte, die in diesem Premium-Set enthalten sind, mir ein bisschen näher anschaue, euch die Unterschiede auch zu anderen Produkten des gleichen Typs aufzeige um euch einfach nur zu zeigen, warum ich dieses Set so interessant finde. Wir gehen hin und nehmen die Vereinssig P220. Die ist zwar im Großen und Ganzen schon sauber, aber ich möchte wissen, ob ich sie tatsächlich sauber gemacht habe. Das Einzige, was wir heute benötigen, ist tatsächlich der Lauf. Wie gesagt, er ist auf den ersten Blick schon mal sauber. Was ich jetzt als erstes mal aufzeigen möchte. Das hier ist einer meiner klassischen Putzstäbe, die ich habe. Ich habe viele, diverse, auch welche, die ich zu Testzwecken bekommen habe oder gekauft habe. Das hier ist eins der ersten, die ich tatsächlich mal von meiner Frau geschenkt bekommen habe, mal zum Geburtstag, wie auch immer. So, und man sieht, das ist hier zwar auch so ein bisschen Kugel gelagert, aber es ist alles irgendwie nicht so wirklich rund. Und wir sehen auch hier, wir haben dieses relativ kleine Gewinde, keine Ahnung, welche Größe das ist. Das ist aber so dieses Standardgewinde von den Putzsets. Und wir sehen auch, und das ist mir auch schon passiert, dass beim Einführen und beim Versuch, die festzuschrauben, dass diese hier und da mal auch durchaus mal das Gewinde versemmeln. Und ich habe auch schon hier diese, weil die so flexibel sind, auch durchaus mal Probleme, gerade bei den Langwaffensstäben, gleichen Typs, also mit diesem Fieberglas, Nylon, Kunststoff, beschichtet, wie auch immer. Weil die so flexibel sind, die zum Beispiel bei engen Passungen einer KK-Büchse, diese tatsächlich auch vernünftig da durchzukriegen, ohne dass ich irgendwie gegen die Patronenkammer dotze oder wie auch immer. So, wir sehen auch hier, deswegen habe ich auch gesagt, ich bin so ein leichter Bürstenkiller. Ihr seht, das Ding hat massiven Karies. Das heißt, wir haben hier fast schon bei der 9mm Bürste ist seitlich fast keine Drahtborste mehr drauf. Das gleiche auch hier, hier diese hier, ist genau dasselbe. Das sind Bürsten, das ist hier von Tetragan und also auch kein Billigprodukt. Aber die Bürsten bekomme ich einfach immer kaputt. So, und jetzt gehen wir mal hin und nehmen schon mal als ersten Unterschied zu sehen den Stab von Niebling. So, wir sehen einmal hier, ganz klar, Innengewinde. Und jetzt sehen wir auch hier einmal im Vergleich zu anderen Produkten die Gewindelänge. Wir sehen, dass das Gewinde von meinem ursprünglichen Stab, von dem alten Stab, da aufhört, wo letzten Endes das bei dem Niebling erst anfängt. Und wir sehen hier einen freien Bereich. Das hat eine ganz besondere Bewandtnis. Und zwar fängt das Gewinde natürlich in der Hülse entsprechend später an. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Form der Führung, damit die Gewinde nicht verknorzt werden können. So, und damit ist das Ding schon mal zu. So, jetzt gehen wir hin und nehmen mal aus der Kunststoffhülle mal die Ölbürste. Und da sehen wir genau dasselbe. Langes Gewinde und es geht richtig tief rein. So, wir sehen jetzt hier einen weiteren Unterschied. Und zwar die Borsten sind hier anders gewickelt als bei den anderen Bürsten. Wo jetzt die Wicklung hier unten eingeklemmt wird bei den alten Bürsten und dann hier oben umgeschlagen wird, ist es hier genau umgekehrt. Ich habe hier unten den gebogenen Teil, den ungeschlagenen Teil und dann die geschlossene Wicklung hier oben. Ich vermute mal, das soll durchaus auch hier und da ein bisschen mehr an Qualität mit reinkriegen in die Bürsten. Dann schrauben wir ganz normal die Bürste auf. So, Ölbürste sagt es schon. Das heißt, wir nehmen jetzt hier das Pulpo und spritzen ein bisschen was auf die Ölbürste drauf. Und dann führen wir die Bürste in den Lauf ein und bringen damit das Pulpo in den Lauf. Und ihr hört schon, allein schon am Geräusch der Bürste, wie eng diese Kalibergröße dort ist. Bürste wieder hier rein. Da ist Öl drauf. Das heißt, sie bleibt jetzt in dem Röhrchen auch schön sauber in dem Set, in der Tasche mit drin. Dann können wir zum Beispiel eine Messingbürste nehmen. Auch hier wieder genau dasselbe von der Wicklungsart her. Die Borsen sind sehr, sehr fein im Vergleich zu den anderen Bürsten, muss man ganz ehrlich sagen. So, und dann ganz normal. Und ihr merkt, das geht richtig, richtig stramm durch. Und das ist für mich allein schon ein Riesenunterschied zu manch anderer Bürste, die ich bereits schon in den Fingern hatte. Wir machen mal drei Durchgänge. Die Qualität der Bürste ist in meinen Augen sehr, sehr gut. Lässt sich super durchführen, aber auch super, super eng gepasst vom Kaliber her. Dass es also auch wirklich in die Felder und Züge reingeht. So, Bürste einfach wieder in das Kunststoffröhrchen rein. Und schon haben wir es weggepackt. So, jetzt können wir uns überlegen, nehmen wir den Wollwischer jetzt, um den Lauf durchzuziehen. Da habe ich mir, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, habe ich mir gestern schon die Finger wehgetan da dran. Weil das Ding so eng da durchgeht, dass ich schon, das habe ich bei noch keiner anderen, bei noch keinem anderen Wollwischer so eng gehabt. Die meisten Wollwischer sind, gehen so butterweich durch den Lauf. Also, ihr hört an meiner Stimmveränderung, dass das Ding wirklich saueng ist. Und das ist enorm. Und damit seht ihr auch, was da für ein Dreck rauskommt. So, Bürste wieder in das Röhrchen. Können wir wegpacken. Alternativ dazu, zu dem Umgang mit dem Wollwischer, kann man auch die Filze verwenden. So, und dazu gehen wir einfach hin, nehmen uns zwei Filze raus. Ein Filz wird auf das starre Gewinde draufgeschraubt. Und das bleibt auch drauf, das andere wird nur draufgestellt. Dann machen wir wieder ein bisschen Pulpo auf das vordere und dann schieben wir das einfach durch den Lauf. Auch da merkt ihr, ganz, ganz eng ziehen den Vorderen ab, können den Filz gerade rückwärts wieder raus, stecken ihn wieder drauf. Und schieben es durch. Und ihr seht, da kommt immer noch Dreck raus. So, und jetzt bin ich sogar der Meinung, der Lauf, der dürfte jetzt eigentlich sauber sein. So, und anstelle der Filze oder dem Wollwischer und so weiter, kann man natürlich auch den in diesem Premium-Set mitgelieferten Bohrblitz verwenden. Ist auch eine Option. Muss man nicht, kann man. Ich denke mal, ihr seht, worauf ich eigentlich hinaus will. Die qualitativen Unterschiede dieses Sets zu den herkömmlichen Sets finde ich beachtlich. Dieses ganze Teil macht einen sehr robusten und guten Eindruck. Die Handhabung ist sehr einfach. Ich habe in einem kleinen Paket alles drin, was ich benötige. Es gibt auch die Möglichkeit, individuell Custom-Sets anfertigen zu lassen, in denen ich genau nur das drin habe, was ich auch haben möchte. Das wird hoffentlich in einem der nächsten Videos auch aufgezeigt werden können. Und dann seht ihr auch die Unterschiede. Dieses Premium-Set ist nun mal Premium-Set und damit das größt ausgestattete Set, was man hat. Addiere ich alle Preise der Einzelkomponenten, die in dem Set zusammen sind, komme ich auch tatsächlich auf den genannten Preis von 114 Euro. Sind da aber Sachen dabei, die ich nicht benötige vielleicht, dann macht es durchaus Sinn, hinzugehen und zu sagen, ich stelle mir ein individuelles Set zusammen, und zwar so, wie ich es haben möchte. Das war jetzt eine kurze Demonstration und Erklärung der Nibling-Produkte, hier gezeigt an dem Premium-Reinigungsset der Firma Nibling. Ich freue mich auf das nächste Video davon. In diesem Sinn, macht's gut! Ich freue mich auf das nächste Video davon.